Teil 8 von Komische Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Zylinder von Wilhelm Busch Josefietag ist, wie du weißt, ein Fest für den, der Josef heißt. Drum bürstet, weil er fromm und gut, auch dieser Josef seinen Hut und macht sich überhaupt recht schön wie alle, die zur Mette gehen. Hier geht er aus der Türe schon und denkt an seinen Schutzpatron. Heraußen weht nicht sehr gelinnt von Osten her ein kühler Wind, so dass die beiden langen Spitzen, die hinten an dem Fracke sitzen, mit leichtem Schwunge sich erheben und brüderlich nach Westen streben. Jetzt kommt die Ecke. Immer schlimmer weht hier der Wind. Ein Frauenzimmer, obschon von Wüchse schön und kräftig, ist sehr bewegt und flattert heftig, so dass man wohl bemerken kann, O Josef, was geht dich das an? Da siehst du wohl, das war nicht gut, jetzt nimmt der Wind dir deinen Hut. Schnell legt der Josef sein Brevier auf einen Stein vor einer Tür, um so erleichtert ohneweilen dem schönen Flüchtling nachzueilen. O weh, da trifft und fasst den Grat doch nur am Rand ein Droschkenrad. Jetzt eilt er wieder schnell und heiter in schönen Kreisen emsig weiter und Josef eilet hinterdrein. Hoppsa, da liegt ja wohl ein Stein. Wutschi, der Josef liegt im Saft, der Hut entfernt sich wirbelhaft. Dies sieht aus frohem Hintergrund ein alter Herr mit seinem Hund und gerade kommen auch daher die anderen frommen Josef her und denken sich mit frohem Graus, wie schauderhaft sieht Josef aus. Und Josefs Hut, wo wäre der, wenn der Soldat all hier nicht wär und nicht mit seinem Bayonett ihn mutig aufgehalten hätt? Nun hat ihn doch der Josef wieder. Stolz geht der Krieger auf und nieder, der Josef aber schaut geschwind, wo seine anderen Sachen sind. Gottlob, sie sind noch alle dort, der Herr mit seinem Hund geht fort und Josef schreitet auch nach Haus, er sieht nicht mehr so stattlich aus und muss nun leider dessentwegen privat ihm seine Andacht pflegen, drum soll man nie bei Windeswehen auf weibliche Gestalten sehen. that heiterium stein mit dem